Hallo ihr Lieben, heute machen wir vielleicht mal ein kleines Experiment. Das wird sehr wahrscheinlich ein sehr stilles Video werden. Gar nicht so wie du es sonst von mir kennst. Es ist nicht klar, überhaupt nicht klar, welche Worte hier hochsteigen werden. Das ist relativ neu und es ist wunderbar. Also setzen wir in Stille. Spüre die Stille aufsteigen. Lasse sie deinen ganzen Körper umfangen. Wenn du so sitzt, ohne eine bestimmte Haltung einzunehmen, nichts Anstrengendes, einfach nur sitzen. Kannst du plötzlich fühlen, wie der ganze Körper anfängt zu kribbeln? Vielleicht erst ein Gefühl in den Händen, dann vielleicht ein Gefühl in den Füßen. Vielleicht dort in dem, auf was du sitzt, in den Beinen. Im Rücken, vielleicht auch im Nacken, im Kopf, überall. Der ganze Körper scheint eine leichte Lebendigkeit zu haben, wie ein Vibrieren. Sehr subtil. Das ist die Lebenskraft, die wir hier fühlen können. Die Seinsenergie, die du bist. Der Körper ist nur ein Mittler, ein geniales Instrument, damit du dich überhaupt fühlen kannst. Liebes Sein Die Stille ist heilig Alles ist heilig Alles ist heilig Es hört sich bloß manchmal nicht so an Weil vieles sehr viel Lärm macht in dieser Welt Es sieht nicht so aus Es fühlt sich nicht so an Was soll da schon heilig sein? Doch alles, alles Ist es Wenn die Gedanken weg sind Vielleicht ist es so Hier sind keine Vielleicht ist es dort auch sehr still schon Spürst du, was du im Wald bist? Nicht nur das Vielleicht kommt eine Erinnerung aufgestiegen Eine Ahnung, was ich bin Was bin ich? Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank. Vielen Dank. Ohne Sorgen, kein Gestern, kein Morgen, nur das hier. Was fehlt jetzt, in diesem Moment? Und da war sie schon, die Antwort, oder? Vielen Dank. Was bin ich? Was bist du? Das. 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 Das.